Herzlich Willkommen zurück zum nächsten grandiosen Erlebnis mit Kybral Stribut in Monkey Island 2, LeChucks Revenge. Kann ich die nehmen? Kann ich die nehmen? Ja, schön. Toilettenhäuschen, das machen wir. Machen wir das auch? Ja, das machen wir. Ehh, nein, danke. Es gibt nur schweißen Pläne im Katalog. Wie russisch. Ja, russisch. Ich bin hier mal tierisch gespannt, was jetzt hier noch auf uns zukommen wird. Ui. Was gibt's noch nicht? Ah, der Ghost Pirate LeChuck! Habe eine Glippe. Wollt ihr nicht ein Mardi Gras Kostüm, wenn ihr einen sieht? Ist es etwas, das ich euch mit helfen kann? Ah, nice costume. Almost scared me to death. Thanks. Where's your costume for the Governor's party? Ich bin verkleidet. I'm here for the Governor's party. You mean Governor Marley's Mardi Gras fish fry? It's invitation only and costumes are required. Ich bin als Guybrush Stribut verkleidet. I've got my invitation right here. Well, what do you know? You do have an invitation. You have a costume? Das ist mein Kostüm. Ich bin als der mächtige Pirat Guybrush Stribut. Dem Töter des LeChucks bin ich verkleidet. This isn't my Kostüm. Nobody would willingly wear such a dopey Kostüm. Echt jetzt? Gotta go. Keep up the good work. Ja, dann kommen wir hier wahrscheinlich nicht rein. Toll. Tja, und jetzt was machen wir jetzt? Geh mal hier. Wilder Booty. Wilder Booty. Cool. Cool. Wow. Ähm. Kostüm Shop. Hier, wir haben hier noch nicht versucht alles zu kaufen. Wir gehen hier mal rein und versuchen mal ein paar Dinge mehr zu kaufen. Ähm. Das da würde ich gerne haben. Ich würde gerne haben. bei diesem Schiffshorn. Great! Das wird 40 Stück von 8. Oh, das kann ich mir sogar leisten. Okay, ich nehme es gleich. Let me get you one from Overstock. Was? Ah, okay. Here you go. Thank you. So. Was können wir noch kaufen? Was? Schatzkiste. Papagei. Die würde ich gerne kaufen. Sorry. He is not for sale. He is not for sale. He is not for sale. I would like to buy this well polished old saw. Excellent choice. That will be 25 pieces of 8. Das kann ich mal leisten. Okay. I'll take it. Nehmen wir. Thank you. So. Kanonkugeln. I'd like to buy these cannonballs. Actually, those belong to my son. They aren't for sale. Radkappen für mein Schiff. I'd like to buy these hubcaps. Excellent choice. They're 50 pieces of 8 each. Wow. Nehmen wir. Okay. Okay. I'll take it. Let me get you one from Overstock. Ach so. Okay. There's more. Here you go. Thank you. So. The wolffish. I'd like to buy this whale painting. That's one of my favorite things in the store. But I don't have enough back stock to sell it. Kanon, maybe? I'd like to buy this cannon. That's one of my favorite things in the store. But I don't have enough back stock to sell it. The kese raspen? I'd like to buy this thing. That's one of my favorite things in the store. But I don't have enough back stock to sell it. I'd like to buy this treasure chest. Yeah, I'd like to buy this treasure chest. That's great, huh? Too bad it's not for sale. I'd like to buy this barrel. Yeah, I like that too. But it's not for sale. Where do you want to go? I don't know, Mr. Dread. Maybe we go back to Scap Island. I'd like to buy this treasure chest. No, I forgot how long it takes. That's the wrong direction. That's the wrong direction. Can I do that not ... 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 Komm, jetzt bitte auf direkten Wege. Ja, nein, 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 nein. Na? Wie ist bei euch das Wetter? Und, wir haben gerade ein Gewinn. Man hört es zwar nicht, aber geil. Heute noch. Oh, endlich. So. So, dann Jungen sind wir jetzt auch los hier. Den haben wir weggescheucht. Und für den Fall, dass er wiederkommt, ich habe immer noch meine Bruderpuppe. Ja, alles klar. So. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ah, Flugblatt. Hübsch. Vorläufigem Dichausweis. Ein Chefsword. Eine Säge. Eine Säge. Es kann sein, aber es ist immer schweig und scharf. Ich habe keine Ahnung, was wir tun können. Das Einzige, was mir jetzt noch so spontan einfällt, ist, dass der ein Holzbein hat, das wir poliert haben. Also eigentlich rechtlich gesehen unser Holzbein ist. Geht das? Alter, das geht. Das geht's. Oops. Oops. Um. I think I'd better make myself scarce instead. Ah, mein lachen. helped someone get a doctor. Ja, doch mal mein Doktor. Ja, Entschuldigung. Aber es ist wieder da. Es ist wieder da. Guckt, guckt. Es ist wieder da. Boah, krass. Ein Zauberholzbein, würde ich jetzt mal sagen. Wo ist denn der Typ jetzt? Ich wollte es dem doch jetzt petzen gehen. Ja, äh. Guckt mal, ich fass sie an. Er hat es unter dem Stuhl. Ich kann's. Er hat es unter dem Stuhl. Es ist zu hoch. Ich will es nicht. Ich kann sein, aber zu sein, um mein eigenes Platz zu sitzen, ist zu viel. So, was haben wir jetzt gekriegt? Armer und Nägel. Warte mal. Herman Toothrott, 1600 Pennsylvania Avenue, age 21. Konsultant. Oh, na stimmt. Da steht das Alter drauf. Wir können uns ja nicht ausweisen. Oh. Hi, George. Jetzt kann man bestimmt was holen hier. Excuse me. Yeah, boy? Largo Legrand has left Scab Island for good. Well, well. I guess all those laxatives I was slipping into his drinks finally got to him. What? Don't worry, I don't put them in all the drinks. Grog, please. Grog, bitte. I'll need to see some ID for that. Yep, hab ich. Will you accept a temporary library card? Let me see it. Consultant, you look more like a Florin inspector to me. All right, can I get you that drink now? Ja. Yeah, I could really use it. Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip, like Yellow Beards Baby, Bloody Stump, and Blue Whale. Mix me up a Blue Whale. Sorry, Blender's not big enough. Oh, but seriously, that'll be one piece A. Okay. There she blows. And here's a complimentary Crazy Straw. We give them to all new customers of the Bloody Lip. Was? Oh, geil. Bartender, give me a drink. Name your poison. I'll have Yellow Beards Baby. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Just give me the drink, please. Hey, I have to crack jokes. It's a Union thing. That'll be one piece A. Okay. Here you go. Thank you. Nice place you have here. Well, see ya. Tschüss. So, let's have a look at what is this. Blauer drink? Gelber drink. Can I just put it on? Oh, Grinner drink. Yeah, Oh boy, this stuff makes my spit thick. Well, take it outside then. No spitting in here. Oh, schuldigung. Oh, cool. Was haben wir da los? Oh, ich hab ne Planke. Aber ich sag jetzt nicht wo. Ich hab ne Planke in meiner Hose. Das wär so'n Witz für Guybrush's Tripod, weil er trägt's ja in der Hosentasche. Lass mal das. So, ähm, kann man jetzt sonst noch was tun? Ich glaub' nein, sonst können wir da jetzt noch tun. Ähm, wir haben ja sonst nix, was wir gebrauchen könnten hier. Sauberes weißes Taschendill. Äh, cool, cool, schön, schön. Einladung. Aber da komm ich rein, weil ich kein Kostüm habe. Wir brauchen ein sexy Kostüm von einer sexy Krankenschwester für unseren sexy Mr. Guybrush Tripod. Hm. Oh. Entschuldigung für jeden, der sich das jetzt gerade vorgestellt hat. Oh. Äh. Oh. Dreadshift ist hier und Dreadshift ist da. Hm. Was ist los? Was los? Ach. Where do you want to go? Dieses grüne Ding sieht ja aus wie Spucke. Äh. Ich glaub, wir müssen nochmal nach Fat Island. Irgend in der Bibliothek. Ich mag mich erzählen, dass wir noch was aus der Bibliothek brauchen. Ein paar Bücher. Ich weiß nicht mal welche Bücher. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Gemüse, das können wir mögen. Ich stelle für die wir leben zusammen. Zuschauer-Magneten. Na, cool. Das sollte ich selber mal lesen. Laster. 101 Laster. Okay. Bösartige Peter Terry. Was zum Teufel soll das jetzt wieder sein? Geigen. Ich fange am besten hinteren. Ist da, ja. Das, äh. Holzbeherbe. Das Leben auf der Planke. Wein. Der so süß. Der süße Duft des Korkens. Wilde Tiere. Treffen sie mit der Raubkatze. Reichtum. Überfluss. Das, äh. Gesellschaft. Fertz. Warzenschwein. Das verkannte Haustier. Ja, geil. Walzer. Der Tanz auf drei Beinen. Tapete. Sauer macht lustig. 1000 Entwürfe für... Entwürfe in Limettengrün. Äh. Was hier? Kennt ihr mal? Psychologie-Studie? Was gelb aus ihren Kindern macht. Äh. Tapete. Überall. Nur nicht in meinem Zimmer. Entwürfe mit niedlichen Cartoonfiguren. Okay. Warten. Ist schon eine Suppe. Eine Trillion Dinge, die man in der Warte schlagen tun kann. Ist das schon eine Suppe? Geweinheit. Keine Höflichkeiten für das Pa... Für die Party-Konversation. Okay. Voodoo. Voodoo-Rezepte. Hallo. Das, ähm... Merken wir uns mal. Urkan. Seelvermögen. Viren. Dinge, die man sich beim Lesen eines Buchs aus anderen Büchern einfangen kann. Äh. Cool. Das haben wir schon gelesen. Ja, warte mal. Siehe... Voodoo. Siehe Rezepte Voodoo. Okay. Was wäre dann hier? Dann wieder hinten an. Romantik. 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 Das Ende des Verlangens. Von Melanie Leary. Romantik. Rezepte. Voodoo. Die Freude am Hexen. 111 wichtige Dinge. Voodoo-Rezepte. Oh ja. Zitate. Berühmte Zitate. Poesie. Wir fangen noch mal. Piraterie. Plündern. Plündern. Philosophie. Philosophie. Licht am Ende des Tons. Eine philosophische Abhandlung. So. So. War das jetzt mal hier? Das. The Joy of Hex. Hmm. I'll have to remember that. Genau. Jetzt. I think I'll try a different drawer. And another drawer. Ähm. Das können wir noch versuchen. Keine Ahnung. Soll ich jetzt einfach von A bis Z alles durchgehen? Ich glaube nein. Ähm. Blö. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier alles durch. Ja, das gehört auf jeden Fall zu A. Frühstück. Frühstück bei Mitox. Körper und welche Geburtsmale. Wir gehen hoch. Na, wir haben keinen Geburts. Über viel. Ich hoffe nicht. Wir fragen, wir gehen mit einem Wahn von Guybrush. Tiefo. Uh, uh, uh. Warte mal. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Das ist das Buch, das wir beim anderen gelassen haben. Ich muss das Buch zurückholen. Ich weiß nur noch nicht wie, aber ich muss das Buch zurückholen. Äh. X zeigt noch nie die Stelle von. Anmerkung, siehe Fußhutel. Animatronic unter der Oberfläche von Walt Limsey. Erwachsenenunterhaltung. Die Bekenntnisse der Zelda Carbuncle. Memoaren einer Frau von zweifelhaften Vergnügen. Okay. Ich denke, ich werde einen anderen Drawer versuchen. Okay. Ähm. Keine Ahnung. Die hier. Es wird jetzt ein bisschen langweilig. Ich versuche die mal so schnell wie möglich durchzugehen und zu gucken, ob ich irgendwas finde, was... Äh. Äh. Einmal in der Homework-Serie. Ob ich irgendwas finde, was... Was... In meinem Hirn anfängt zu kitzeln. Ja, ich weiß nicht. In meinem Resthirn anfängt zu kitzeln. Kochen. Kochen. Klebriges für den Heimgebrauch. Oh. Welche Kochrezepte von Piraten für Piraten? Habe ich das nicht schon mal irgendwo gelesen? Ich glaube ja. Aber ich habe keine Ahnung. Hm. So weit das Auge reicht. Zirkus. Verdammt sei das menschliche Torpedo. Die Ursprünge des menschlichen Kanonkugeltricks. Okay. Ja, da können wir was davon erzählen. Kinderbücher des Teufels. Beste unter dem Bett. Oh. Ja, das ist ein gutes Kinderbuch. Das habe ich früher auch gelesen. Hm. Kannibalismus. Ja. Wie sie ihren Liebsten dienen. Von Lemonhead. Von Lemonhead. Toll. Ich habe keine Ahnung. Ich kann doch hier jetzt nicht einfach jede Schublade durchgehen. Angeln. Oh. Das wäre vielleicht auch noch was für uns. Wege an Geld zu kommen. Das funktioniert niemals. Tage des Igels. Fünf mehr als ich benötige. Das E-Ticket. Super. Das ist ja Wahnsinn, was es hier alles für Bücher gibt. Augenlicht, Zier, Sehvermögen. Ich denke, ich werde einen anderen Drawer probieren. Humor. Scab Island. Ah, so. Geschicht der Folgen mit der Kanone. Höhle, Legende der Glasbodenarmada. Uh. Überschriften. Siehe, Querverweis. Kuprierung. Siehe, Kataloge. Siehe, Kataloge. Kork. Abhängigkeit von Ich war Blackbeard's Leber. Die erschreckende wahre Geschichte. Als bekennende Korkaholik. Geisterbreiter, schau mal nach oben. Ich, LeChuck, vernichtete. Eines von Treepwoods der schlechtesten. Oh. Geometrie. Genetik. Anforschung meiner Mutter. Der Einkaufswagen. Seltsam, aber wahre Geschichte. Ah. Halt, hier. Hull Barwood über Monkey Island 2. Eine kritische Kritik. Ich denke, ich werde einen anderen Draht versuchen. Ja, wir sind ja schon bald durch. Und die Folge ist auch schon gleich durch. Äh, Kacktomani, Mieren, Ketchup, äh, Killing, blablabla. Meine Ahnung. Ich weiß doch nicht. Was kann er sich? Vier Bücher kann er sich merken. Zwei haben wir schon. Drei haben wir schon. Meine Ahnung. Die Handmale. Magenäre Zahlen. Oh. Götzenbilder. Eiscreme. Beliebte Eissorden der Piraten. Oh. Ich denke, ich werde einen anderen Draht versuchen. Ich sehe schon. Grockeis. Mit einem... Ich denke, ich werde einen anderen Draht versuchen. Geht mal hier hin. Unterwäsche. Ja, geil. Muss ich mir merken. Regenschirme. Geschwüre. Mineral. Warum? Was machen wir jetzt? Das ist alles durch die Nacht. Dreiteiler. Dreiteiler. Baumchirurgie. Okay. Scherz. Big Whoop. Legende oder Realität. Das ist das Buch. Ah, das ist das Buch. Das müssen wir uns zurückholen. Spielzeug. 10... Uuuh. Toast. 30 Köstlichkeiten auf Toast. Hm. Drei Kupfer. Der Stolz von Loch Ness. Tee. Das Massaker von Lucia de la Cruz. Okay. Ich denke, ich werde einen anderen Draht versuchen. Ich habe doch keine Ahnung hier, was ich hier tun soll. Holzbearbeitung, Wein. Ich glaube, die habe ich schon angeguckt. Warzenschwein, Walzer, Tapete, 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 Tapete. Warten. Jo, dann haben wir schon angeguckt. Aber ich glaube noch nicht komplett, oder? Ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Hm. Gucken wir mal hier noch. Chirurgie. Ja, das fängt mit C an. Äh, C an. Dummheit. Der durch die Wand geht. Eine Analyse des Systems. Patent angemeldet. Spürte rauf ins Kräernester. Okay. Gabe der Echsenmenschen. Okay. Soziologie. Slang. Piraten. Wenn das Holz bett. Sie auch Sprache. Sieben Todsüge hinter dem Zahnstein. Oh. Schiffswracks. Äh, Schiffwracks. Sie auch Unglücke. Okay. Kein Schiff. Es kam ein. Lachs und andere Leckereien. Okay. Ich denke, ich werde einen anderen Drahten probieren. Sie auch Unglücke. Das wäre unter... Oh. Was müsste dem nachher hier sein? Unterwäsche. Regenschirme. Schuhe. Innereien. Dreiteiler. 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 Baumkrieg. Schatz. Reise. Spielzeug. Es ist alles durcheinander hier. Wo ist denn... Oh. Ich denke, ich werde einen anderen Drahten probieren. Äh... Drei Teiler, drei Teiler, drei Teiler, pfff... Hier. Hunde, Krankheiten, Krankheiten, Unglücke. Große Schiffsfahrer unserer Jahrhunderts. Außerdem, äh, das merken wir uns mal. Great Shipwrecks of our century. Hm. Well, if you remember that. I've had it with this card catalog. Okay. Die gehen wir zuerst mal hoch in die Bücher. Jetzt hab ich ja nur die Kartei durchgeguckt hier. Pardon me, miss. What do you want this time? Ich möchte ein paar Bücher. Ähm, ich suche ein Buch. What book are you looking for? Das willst du nicht wissen? Do you have great shipwrecks of our century? Okay. Here you go. Anything else? Yep. Ähm... Die Freude am Hexen? Could you find the joy of Hexen? Ich hab keine Ahnung. Ich würde das mal drehen. Okay. Here you go. Anything else? Aha. Ähm... Do you have the time I blew up LeChuck? Tschüss. Let's go. Okay. Here you go. That's your limit. You'll have to give some books back before you can check out any more. Aber ich dachte, ich könnte vier Bücher ausleihen. Ich hab doch nur drei. Und das muss man das wieder bauen. Shit. Ich werde dich nicht gleich wieder eingeknastert. Da müssen wir jetzt was tun gegen. Ähm... Das kann ich nicht drüber kleben. Das haben wir schon versucht. Das ist nicht da. Das geht nicht. Die Karte will ich nicht drüber kleben. Ein Flugblatt? Das ist doch aber viel zu klein. Hä? Oh, es geht. Ja, siehste. Die Arme Kite. Die Arme Kite. Hättest du uns mal noch kein Flugblatt gegeben. Selber schuld. Selber schuld. Hallo? Ah, Weg. Tschüss, Weg. Mach's gut. Mach's gut. Uh-oh. Und... Excuse me. Aren't you Guybrush Threepwood? No, my name is Kate Capsize. You must have me confused with someone else. Kate, eh? That's an unusual name. Perhaps you have some identification. My ID is on my ship. Wait here while I go and get it. Nice try, Guybrush. I don't know how you got out of the jail, but I'm taking you back in. Oh, die ärmste. Nein. So, also da kann man immer noch nicht ranhören. Ich will jetzt mein Buch von Big Wub zurückholen. Ich glaube zwar, dass ich die anderen Bücher auch brauche, aber... Oh, nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Äh, ja, jetzt habe ich wieder tausend Sachen geteckt. Toll. So, können wir jetzt bitte, hallo. So. Nur weil ich da zum Haus hin wollte, da hier. Zack, zack, zack. So, der wird ja wahrscheinlich gerade im Gefängnis sein. Vielleicht ein bisschen Zeit gerade. Vielleicht ein bisschen Zeit hier. Er ist nicht da, er ist nicht da. Wir schneiden unser Buch zurück, Ui. Buch. So. Was für ein Buch lassen wir jetzt da? The Joy of Hex. I think it's meant for advanced voodoo practitioners. The writing's way too technical for me. So, dann können wir das Buch. Great shipwrecks of our century. Says here the mad monkey sank at 38 north, 84 west. Okay, ah, cool, cool. Sleeping like a baby. A baby elephant. The time I blew up lechak. I can't believe I'm reading my own memoirs. Dann wird das wahrscheinlich nutzlos sein. Also, ja, komm. Zack. Es wird ausgetauscht. Oh, oh, das war schon. Wo du bekommst? Sonst können wir hier nirgendwo reden, ha? Lö, lö. Okay. Ja, es tut mir leid. Das war eine sehr, sehr unglaublich langweilige Folge. Wir haben gar nichts erreicht in der Folge. Wir haben nur ein paar Bücher geholt. Keine Ahnung, ob die Bücher irgendwas zu bedeuten haben. Ich habe allgemein keinen Plan bei Monkey Island. Ja, ich würde mal sagen, das war es jetzt mal für diese Folge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zugucken. Wir gehen schon mal auf Mr. Dreads Schiff. Ich habe keine Ahnung. Also, hier könnte ich vielleicht noch den Angelmeister hier schaffen. Aber dafür brauche ich erst mal eine Angel. Where do you want to go? Ich will jetzt erst mal ins Folgeende gehen. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut hier rein. Ich hau mich raus jetzt hier.